Ja, das war doch schön, oder? Der Salat war toll. Oh, ich kann ja noch mal telefonieren, wir haben noch Pace. Kann man ja noch mal telefonieren, ne? Das war so. So eine lange Pace haben. Das war Gina. Oh Gott. Die auch mal mit den Schuh. Die auch mal mit den Schuh. Ach, scheiße. Oh, jetzt habe ich zwei Warten. Das, Matthias, wie gefällt es dir hier? Mir gefällt es unheimlich gut. Also wirklich, Queen Elisabeth ist traumhaft schön auch. Jetzt haben wir Queen Mary für euch abgearbeitet, Queen Elisabeth für euch abgearbeitet. Und wer weiß, ob wir uns nicht demnächst einmal auf der Queen Victoria sehen. Ja. Kann ich dir auch mal schütteln oder schicken? Von der Victoria. Die auch mal mit den Schuh schickt uns dann bitte von der Victoria. Geht dann auch. Ja, mach das auch immer. Ja, das machen. Sehr schön. Hört uns doch alle auf dem Computer drauf. Ja.